Ey Niklas, ich habe gerade was gesehen. Es gibt heftige News. Absolut. Und zwar, kurzer Einspieler an dieser Stelle. Wir veranstalten die erste Mastermind eCommerce.de. Wir haben das Ganze die Seller Society getauft, nur von 7-Figure-Sellers. Bedeutet also, du musst mindestens eine Million Euro Umsatz machen. Und zwar vom 26. bis 29. Februar in Reykjavik, Island. Einer der abgelehntesten Teile Europas. Es wird brutal geil. Wir haben vier Tage dort, in denen sich die Speerspitze der deutschen Amazon-Szene austauschen wird. Gold Nuggets hin und her schieben wird. Die geilsten Strategien miteinander austauschen, die selbst hier im Podcast vermutlich nicht besprochen werden können. Weil sie so fucking genius sind. Plus, wir werden nicht nur geile Freundschaften treffen, geiles Essen haben, einen geilen Urlaub haben. Wir werden abgefuckt geile Abenteuer erleben. Wir werden die größten Gletscher Europas mit Schneemobilen unsicher machen. in 40 Grad warmem Wasser baden, umgeben von Schnee. Wir werden die Kultur eines völlig unbekannten Landes sehen. Das wollte ich immer schon mal sehen, diese Lichter. Polarlichter werden wir sehen. Wir werden wirklich ein geistesgestelltes Programm vorbereitet. All das ist gebucht. All das ist vorbereitet. Und das Allergeilste, es ist für uns, wir haben uns entschieden, ey, für die Community ist das für uns ein Non-Profit-Event. Das heißt, wir verdienen daran keinen Cent. Also meldet euch bei mir oder geht auf www.sella-society.com und tragt euch dort ein. Ihr könnt euch alternativ auch bei Instagram bei mir melden. Wir haben, glaube ich, noch knapp unter 10 Plätze. Das ist eine sehr überschaubare Gruppe. Es sind nicht so 100 Leute oder sowas, sondern viel, viel weniger. Es wird wirklich geil. Also wir haben auch schon sehr geile Leute, die mit am Start sind. Also meldet euch unbedingt. Seller-Society to the moon. Ganz richtig herzlich willkommen zurück beim e-commerce.de Podcast. Tim ist am Start. Ich bin wieder mit am Start. Und wir sprechen heute über ein Thema, das sich kaum jemand traut in den Mund zu nehmen. Und zwar, was passiert, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst und es floppt? Es sich nicht verkauft, was auch immer, wie es floppt, darüber werden wir heute sprechen. Und bleibt auf jeden Fall dran. Wird eine richtig geile Folge. So, aber zuallererst habe ich etwas Spannendes vorbereitet. Nämlich ein paar Fragen für dich, lieber Tim. Viele Leute kennen mich ja relativ gut aus den Videos, Ads und, 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 und. Und klar, Tim ist jetzt schon lange im Podcast mit dabei. Auch lange schon Teil hier vom Team und vom Coaching-Team. Dreieinhalb Jahre. Ich habe letztens nachgeschaut. Three and a half years. Ja. Und deswegen habe ich mal ein paar Fragen. Und zwar Frage Nummer eins. Was ist in deinem Alltag der Weg oder die Möglichkeit, aus der du am meisten Energie ziehen kannst? Also am meisten Energie gewinnen kannst? Welche, welche, welche Sache machst du, um Energie zu gewinnen? Sport. Das ist die Antwort. Was für ein Sport? In der letzten Zeit eher Kampfsport. Ansonsten letztes Jahrzehnt schon. Bin ja sehr alt mittlerweile. Über 30. Kraftsport. Aber ja, das ist so dauerhaft eigentlich konstant mir sehr viel Energie geliefert. Okay. Das heißt, obwohl du Energie erstmal gibst, fühlst du dich danach stärker und du hast mehr Energie. Selbst wenn du irgendwie einen Tag hattest, wo du um 20, 21 Uhr erst nach Hause kommst, auch dann diesen Willen zu haben, nochmal ins Training zu gehen, obwohl du erst so reingehst. Aber danach gehst du immer so mit stolzer Brust raus. Es gibt dir Energie. Und mehr Energie. Witzigerweise auch bei mir einer der Hauptpunkte. Also Sport definitiv ist auch rein biologisch nachgewiesen. Es ist einfach für Blutdruck, für die gesamte Vitalität des Körpers halt. Also es gibt einfach Energie. Also wenn du dich nicht bewegst, keinen Sport machst, dann ist es schlecht für dich. Gute Metapher dazu. Martin Luther hat damals gesagt, das ist wirklich ein sehr, ich kann es nicht einzutieren, aber vom Inhalt her. Er hat gesagt, an einem besonders schweren und anstrengenden Tag, an dem er gar keine Zeit hat und komplett voll ist, ist er immer eine halbe Stunde länger auf den Knien gewesen und hat gebetet. Also er hat eine halbe Stunde zusätzlich für das Gebet investiert, weil das ein Ort war, an dem er Energie ziehen konnte. Das heißt, er hat sich da aufgeladen, mehr oder weniger. Und deswegen oft ein falscher Gedankengang, okay, ich habe super viel zu tun. Das heißt, ich streiche sowas wie Sport und Co., damit ich mehr Zeit dafür habe. Dabei kannst du halt mit zwei, drei, vier Stunden Sport in der Woche schon dafür sorgen, dass deine 150, 160 Stunden der Rest in der Woche viel effektiver und energiereicher sind. Okay, Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Was war bisher in deinem Leben die geilste Reise, der geilste Trip, das geilste so Erlebnis, was du anderen Leuten weiterempfehlen würdest? Ich darf mich nur für eine Reise entscheiden? Ja. Make a decision. Make a decision, okay. Okay, dann ist es USA vor fünf Jahren West Coast, vier Wochen mit Jonas, der bei uns im Marketing arbeitet. Wir sind San Francisco angekommen, vom Flughafen haben wir direkt einen schwarzen Mustang Cabrio. Nice. Black, wir haben ihn Jack getauft, das war für vier Wochen unser Gefährt, wirklich, da waren einfach unsere Sachen drin, wir haben darin gelebt. Wir sind von Nationalpark zu Nationalpark gefahren, in der Früh aufgewacht, keine Ahnung gehabt, wo wir hinwollten, in irgendeinem Nationalpark, bis abends, bis der Sonnenuntergang ist, gewandert, durch Wüsten, danach teilweise ohne Hotel, einfach weitergefahren. Das vier Wochen lang durch komplett West Coast, Arizona, Vegas. Bis heute fahrendet man nach dem schwarzen Mustang namens Jack in den USA. Leider damals, noch nicht der fünf Liter, aber ich habe mir geschwollen, wenn ich irgendwann mal, ich habe meinen Eltern versprochen, in die USA mal zu fliegen mit denen, ihnen das zu zeigen, nämlich, weil ich so geschwärmt habe, dann hole ich mir den fünf Liter Mustang. Hoffentlich. Sehr geil. Ist bei mir auch so, also vom Reisen her, also dem Erlebnis, war bei mir auch, glaube ich, eine Australienreise, wo auch im Auto gepennt, zusammen mit einem Kumpel von mir und jeden Tag so geschaut, was der Tag bringt. Also wirklich ein Unterschied zum Alltag, also keine geregelten Sachen, sondern, ey, wo fahren wir heute hin, was passiert überhaupt heute. Es gibt keine Routinen. Es gibt gar keine Routinen, was richtig geil ist, um mal rauszukommen, überhaupt, also ein Leben lang ist, glaube ich, furchtbar. Irgendwann wirst du da, glaube ich, echt verrückt, aber es war mega geil. Auch hier wieder so eine Metapher, nämlich, wenn du sagst, Energie ziehen. Im Urlaub ist es ja meistens so, man will sich erholen, man will vielleicht ausschlafen bis zehn, dann, keine Ahnung, macht man irgendwas, legt sich den ganzen Tag hin oder man steht wirklich früh auf, packt seine Sachen, geht den ganzen Tag wandern und du hast so viel Energie dadurch, obwohl du eigentlich ja voll übermüdet bist oder den ganzen Tag was machst. Aber du bist nicht übermüdet, weil du geile Sachen machst und dadurch auch mehr Energie hast. Absolut. Gibt auch ein paar wilde Storys von mir, aber um die zu erfahren, müsst ihr zu unseren Events kommen. Tisa, Neuseeland, Niklas, Nahtoderfahrung. Mehrere, mehrere Storys gibt es davon, mehrere Nahtoderfahrung. Aber ich habe einen großartigen Schutzengel, also ich wirklich, gut. Dritte Frage und letzte Frage, was ist die für dich inspirierendste Persönlichkeit in deinem Leben? Nicht jemanden, den du cool fandest, keine Ahnung, Tom Cruise, Bordeck springt von einem Haus zum anderen, sondern wirklich eine Person, die auch Change, also Transformation in deinem Leben, also wirklich einen Impact auf dich hatte. Was verändert hat in deinem Leben? Außer mir natürlich. Ja, natürlich, der Name kommt auch. Ich würde sagen unterbewusst, transformativ, definitiv. Meine Eltern, größtes Vorbild, vor allem auch mein Vater, ganzes Leben lang bis heute immer noch gearbeitet. Das ist meine größte Motivation. Aber wenn es um eine Persönlichkeit geht, die mir sehr viel, sag ich mal, Mindset-mäßig mitgebracht hat, dann war es definitiv Tony Robbins. Würde ich auch so sagen. Also seitdem, du warst ja sozusagen zweimal vor Ort, auch bei ihm, auch für eine längere Zeit, also nicht irgendwie so einen Tag oder sowas, sondern richtig bei diesen intensiven Seminaren. Sechs Tage am Stück, 16 Stunden, sechs Stunden geschlafen direkt, die haben uns wirklich absolut zerlegt dort. Wild und man merkt es tatsächlich. Also manchmal, also oft habe ich schon erlebt, dass Leute von Seminaren etc. zurückkommen und die sind eins zu eins die gleichen, was nicht unbedingt bedeutet, dass es scheiße war, aber es ist zumindest keine Transformation. Und bei dir merkt man wirklich, Tim ist zum Beispiel seitdem so, also der nervt die ganze Zeit die Kunden, weil er die ganze Zeit proaktiv, ey, wieso geht es nicht voran? Was müssen wir noch schneller machen? Was brauchst du gerade, damit wir XY erreichen? Also es ist da wirklich, wirklich hilarious. Aber gut, man merkt es auf jeden Fall. Bei dir? Bei mir, ich habe relativ oft tatsächlich auch so, dadurch, dass ich glaube ich auch persönlich relativ stark gewachsen bin, auch neue, inspirierende Persönlichkeiten. Verschiedene Stufen, die dich irgendwann wieder weiterbringen. Ja, genau, die mir immer so Impulse gegeben haben. Ich glaube, wenn ich wirklich so Transformation, was mit am krassesten war, für mich war mit, boah, da war ich 18 Jahre alt, war von meiner Mama eine gute Freundin, also eine der besten Freunde von meiner Mama, mit der sie zusammen im Krankenhaus arbeitet und von ihr der Mann. Super erfolgreicher Typ. Was hat er gemacht beruflich? Der hat ein Team gehabt von 250 Leuten, das ist so ein Versicherungsstrukturvertrieb, ne, aber wirklich auch von groß, also der Typ ist einer von denen, die wir wirklich erfolgreich sind, ohne jetzt, also das Werten irgendwie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, whatever. Auf jeden Fall, das war wirklich ein Typ, der hat es im Leben geschafft. Der hat eine wunderschöne Frau, nette Frau, Kinder, geiles Haus, noch irgendwie zehn Häuser als Kapitalanlage, tolles Auto, der ist super gesund, hat einen total tollen, selbstbewussten Auftritt, also wirklich, wenn der reingekommen ist in den Raum, haben sich die Leute nach dem umgedreht, weil der eine Aura mit sich bringt, ne, und der hatte ein hohes Standing, Leute haben den angesehen und da war ich dann damals, orientierungslos, 18 Jahre nach dem Abi, war ich ein paar Mal auf so Veranstaltungen, auch einmal in so einem Workshop da für vier oder fünf Tage, wo das so um das Thema Verkaufen ging. Von ihm. Von ihm, genau, also er hat das sozusagen veranstaltet, hat mich dann dazu eingeladen, so ein bisschen als Schützling, ich war auch immer super offen, weil ich bin ja ohne Vater groß geworden und dann ist, du hast immer so diese Suche nach männlichen Bezugspersonen, das ist extrem krass. Und er hat mich wirklich inspiriert, einfach durch seine Art und Weise und dann auch mal die Person so, ich meine klar, man sieht im Internet in Reels und dies, das, jenes immer erfolgreiche Menschen, aber der hat mich dann auch mal mit seinem Jaguar F-Type nach Hause gefahren oder sowas und das ist einfach sehr geil gewesen und von dem habe ich so mitbekommen, dass es einfach überhaupt möglich ist als normaler Mensch, weil der war auch, der kam aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen, Kfz-Mechaniker, vorher war der tatsächlich glaube ich Karate-Weltmeister oder so mal gewesen, also mit 18 oder sowas, auch 18, 19, da war der super gut da drin und dann irgendwie Kfz und ist halt wirklich sehr erfolgreich, reich, vermögend geworden und auch glücklich, also du hast ja wirklich die Lebensenergie angesehen und das hat mich total inspiriert auch zu sehen, okay Niklas, wäre das auch für dich möglich. Deswegen sage ich auch immer genauso wie bei dir, Tony Robbins, am inspirierendsten sind oft Menschen, die weit von dir entfernt sind, am transformierendsten sind Menschen, die nah an dir dran sind oder mit denen du zumindest mal ab und zu auch Kontakt hast, das gibt dir immer einen anderen Input. Das ist einfach greifbar, du siehst einfach Leute wie Jeff Bezos sind genauso Mensch wie du und ich, die trinken den gleichen Mate-Tee, die atmen die gleiche Luft und wenn du solche Leute dann vielleicht sogar nochmal in persona siehst, merkst du einfach, hey, jeder hat irgendwie so seine eigenen Probleme, der muss auf Toilette gehen, der hat einfach die gleichen Probleme und Herausforderungen wie du, aber nimmt diese 24 Stunden einfach anders wahr und zieht das durch. Der Moment, in dem du realisierst, dass die erfolgreichsten Menschen der Welt auch nur 24 Stunden am Tag haben, aber es irgendwie geschafft haben, aus diesen 24 Stunden einen das hunderttausendfache an Mehrwert zu kreieren, als du das jetzt gerade tust oder als ich das tue, ist es einfach Inspiration pur und das zu sehen ist cool, aber das zu berühren ist was anderes. Absolut geil. Ich würde sagen, wir starten mit dem Podcast. Let's go. Produkt floppt. Erstmal kurz, passiert uns sowas auch? Passiert uns auch, ja. Mit der Zeit, mit der Erfahrung natürlich immer, immer weniger. Wäre scheiße, wenn wir nicht daraus lernen würden, aber auch uns ist das passiert. Also gerade bei mir am Anfang, Produkt floppt. Produkt, erstmal kurz, lass uns mal definieren, was bedeutet Produkt floppt. Also eigene Brand bedeutet immer, ich kaufe Ware ein. Also ich will kein Dropshipping machen oder irgendein Random Reselling, wo ich am Ende keinen Value create und wo so oder so früher oder später der Flop kommt in dem Moment, in dem ich abgelöst werde durch jemanden, der es günstiger machen kann oder das Produkt einfach nicht mal nachgefragt ist oder die Ads einfach nicht funktionieren. Gibt es ja sozusagen dieses Startinvestment und du hast jetzt zum Beispiel 10.000 Euro in Ware investiert und dann am Ende des Tages siehst du, okay, das Produkt zum Beispiel verkauft sich nicht. Das ist eine Möglichkeit, was Flop bedeutet. Also es verkauft sich einfach nicht. Meistens gibt es dann ja Sachen, damit umzugehen und die Verkäufe anzutreiben. Es kann Gründe geben, warum es floppt. Zum Beispiel der schlimmste Grund, warum es floppt, ist die Kunden wollen dein Produkt nicht. Also beispielsweise du hast Varianten zum Beispiel Design. Genau, Designprodukte. Du hast irgendwie eine Blumenvase, verkaufst eine Winterjacke, einen Wanderschuh, whatever. Die Leute mögen das Design einfach nicht oder ein Sessel, keine Ahnung, Möbel und das kommt einfach gar nicht an. Also du findest nicht mal jemand, der das haben will, dann ist wirklich Flop, Flop, Flop. Also niemand will das Ding haben. Also vor allem, wenn du sehr viel Ware davon eingekauft hast. Kann man ein bisschen Risiko minimieren, wenn man es ein bisschen weniger bestellt. Genau, lass uns mal gleich darauf eingehen, wie man das vorbeugen kann und gleichzeitig auch damit umgeht. Das ist der schlimmste Flop meiner Meinung nach. Der häufigste Flop ist, Produkt verkauft sich einigermaßen, aber nur mit extrem viel Werbeanzeigenbudget. Also super hohes PPC, super viel PPC-Produkt, macht auch Umsätze, vielleicht sogar gute Umsätze, aber die Marge wird komplett aufgefressen. Das heißt, am Ende des Tages machst du entweder kaum Gewinn oder zahlst sogar drauf. Das würde ich sagen, ist das, was am häufigsten passiert. Ich finde, die Kategorie würde ich auch nicht nur Werbekosten machen, sondern beispielsweise auch Verkaufspreis. Verkauft sich nicht, sondern erst zu einem sehr geringen Preis, wo ich keine Marge mehr habe. Läuft aufs gleiche Resultat raus. Genau, also ein Punkt zum Beispiel mit dem Flop umzugehen, wenn du siehst, es verkauft sich nicht, ist natürlich den Verkaufspreis zu reduzieren und dann logischerweise früher oder später wirst du sehen, okay, das Produkt fängt an, Verkäufe zu generieren. Beispiel, du verkaufst ein, sagen wir mal, du verkaufst ein Stake-Messer, was, keine Ahnung, im Durchschnitt 40 Euro kostet und du bietest ein geiles Messer für 20 Euro an. Wirst du, ja, Sales machen, zahlst du aber drauf. Okay, so, das ist auf jeden Fall auch noch ein häufiger Flop, dass es halt nicht zu dem Verkaufspreis verkauft werden kann, also der Wert vom Kunden nicht gesehen wird innerhalb deines Produktes. Und dann gibt es sicherlich noch den Punkt, dass du einfach gar nicht in die Sichtbarkeit kommst. Also es macht keine Umsätze, es macht jetzt vielleicht nicht groß Verlust, aber es liegt einfach rum. Und was gibt es noch für eine Art von Flop? Patent, Rechtsschutz, du darfst es nicht verkaufen. Du hast Ware eingekauft, aber du darfst es nicht verkaufen. Oder das Produkt ist im Endeffekt ähnliche Kategorie, das Produkt ist kaputt. Sprich, du hast keine vernünftige Quality Control gemacht oder einen beschissenen Logistiker, der das Ding in die Tonne gekloppt hat. Oder eine Scheißrederei. Oder du hattest Pech und die Huterebellen haben deinen Container in die Luft gejagt. Okay, Transportversicherung. Ich sehe schon, Dropshipping Coach XY, neues Video, warum du nicht mit Amazon starten solltest. Yo, ich habe gehört jetzt von jemandem, die Ware wurde in die Luft gesprengt einfach und jetzt bleibst du auf den Kosten sitzen. Alright, aber das sind so die Most Cases, warum etwas floppt. Fangen wir vielleicht an, Design, Geschmack. Um ehrlich zu sein, wenn das passiert, ist ist es mein Handy, was hier die ganze Zeit vibriert oder deins? Irgend so ein Handy vibriert irgendwo in der Entfernung. Aber wie auch immer, da bist du eigentlich, also du bist in Anführungsstrichen am Arsch. Manchmal ist es so, dass du dann PPC schaltest und du siehst zum Beispiel, okay, das Produkt bekommt dann später keine Impressionen mehr, weil es einfach nicht angeklickt wird. Also du bezahlst gar nicht sonderlich viel dafür oder du hast halt einen super hohen Spend und gar keine Sales. Wobei das Problem dann nicht die PPC an sich ist, sondern einfach dein Produkt. Ist ja egal eigentlich. Wenn die Kunden dein Design nicht wollen, kannst du so viel Sichtbarkeit wie möglich kaufen. Also dein Produkt hat keinen Market Fit. Muss nicht nur das Design sein. Kann auch sein, dass du irgendeinen USP hast, den am Ende kein Mensch gebrauchen kann. Also wir haben auch schon Produkte gesehen, auch bei uns. Wir machen immer so Produkt-Feedback-Calls. Und in diesen Produkt-Feedback-Calls haben wir auch schon oft USPs, die ausgearbeitet waren, die eigentlich geil sind. Und wenn man dann weiter durchdenkt, sieht man irgendwann, oh, da ist ein Haken dran. Also das ist gar nicht geil. Das passt gar nicht zusammen. Zum Beispiel Leute, ich habe es gesehen wirklich im Produkt vorhin, jemand will einen funktionellen USP anbieten, aber gleichzeitig zeigt dieser funktionelle USP, es ging um einen Akku zum Beispiel, er ist matchbar mit irgendwelchen anderen Akkus von anderen Firmen. Aber ich gehe ja davon aus, dass wenn ich ein Produkt kaufe, dass das Akku, was dabei ist, ja eigentlich geil ist. Warum sollte ich denn jetzt noch andere Akkus, die da sowieso rumfliegen, da reinhauen? Du denkst, das ist ein geiler USP, aber irgendwie passt das gar nicht, weil es vermittelt so mindere Qualität von dem eigentlichen Produkt. Ja, zum Beispiel. Genau, also das ist auf jeden Fall ein häufiger Punkt. In dem Fall ist es am schwierigsten. Kein Product Market Fit bedeutet eigentlich, du bist am Arsch. Denn es gibt kaum Möglichkeiten, es gut abzuverkaufen. Klar, du kannst mal gucken im Großhandel, aber warum soll es ein Großhändler kaufen, wenn es sich nicht verkauft? Manchmal bei Geschmacks- oder Designprodukten trifft es nicht die Anforderungen der Amazon-Kunden. Man kann zum Beispiel mal überlegen, ob man es dann vielleicht auf Etsy online stellt, wo man jetzt irgendwelche cringenden Möbel-Designs zeigen, einzelne Produkte irgendwie verkauft. Genau, in einer kleinen Stückzahl. Im Idealfall folgt man einfach unserer Strategie bei Geschmacksprodukten und geht einfach nicht hin und kauft viel, sondern lässt das ganze Private-Label-Thema ein bisschen mehr beiseite und kauft erstmal vielleicht 50 Stück oder so nur ein. Dann hast du ein super geringes Risiko. Also bleibst maximal vielleicht auf 400 oder 500 Euro sitzen. Wenn es aber funktioniert, kannst du schnell nachbestellen. Du testest trotzdem das Potenzial vom Markt dann. Kann ja sehr geil sein, dass das Produkt absolut durch die Decke geht. Ein bestes Beispiel, wo ich hier gerade diese Untersetzer sehe, bei mir unter meinem Dingsbecher, Martebecher. Kunde von uns vor Weihnachtszeit stellt mir ein Produkt vor und es ist so ein Untersetzer in so einer Elchform mit so einer kleinen Weihnachtsmütze. Also sozusagen einfach so ein Filzding mit so einer Elchform, so einer Weihnachtsmütze. So, Geschmacksprodukt. So, pass auf. Jetzt haben wir gesagt, okay, heavy, 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 heavy. Wir können es mit Luftfracht importieren. Lass uns 100 oder 200 Stück einfach ohne irgendein Label, scheiß auf Marke, dies, das, jenes, rotzigste Produktbilder, selbst mit dem Handy einfach ein paar gemacht. Lass uns die jetzt ASAP einkaufen, sofort vom Hersteller, irgendwas, was der auf Lager hat, einfach online stellen, so viel wie der hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 100 waren. Ich glaube, es war sogar noch wenig. Ich glaube, es waren 10 oder 15 online gestellt. Die 15 Dinger waren relativ schnell weg. Dann habe ich gesagt, okay, boom. Läuft, funktioniert, kommt an und dann haben wir irgendwie 2.000 oder 3.000 Sets bestellt und dann habe ich nochmal gesagt, ey, pass auf, das war im Oktober oder sowas. Wenn die so schnell weg waren, die 15, mit dem Dreckslisting, dann lass uns, sag schon mal beim Hersteller Bescheid, er soll nochmal 2.000, 3.000 bereitlegen und sonst kann ich ja niemand anderen verkaufen. So, 2.000, 3.000 Dinger, das war mit Hungen, gibt es sogar ein Testimonial hier auf dem Kanal oder auf dem Niklas Spilmeierkanal. Die Dinger sind weggegangen ratzfatz. Also ich glaube, wir haben am Ende irgendwie 4.500 oder sowas in der Vorweihnachtszeit verkauft. Einkaufspreis 2 Dollar, Verkaufspreis 29 Euro, geistesgestört. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, aber mit antesten. Okay, das ist Punkt Nummer 1. Flop Nummer 2, PPC, Werbekosten, anteilshaft zu hoch. Größter Fehler, ständig sehe ich dass von Leuten, die dann zu uns kommen, hey, könnt ihr uns helfen, PPC-Kosten zu senken, also uns PPC mehr beizubringen. In 99,9% der Fälle ist PPC-Anzeigenschalt nicht der Grund, warum ihr zu viel für PPC ausgebt, sondern das ist die Auswirkung, die ihr merkt. Aber die Wurzel des Übels liegt, kann auch zum Beispiel daran sein, dass das Produkt nicht ankommt. Es kann daran sein, dass das Produkt scheiße vermarktet ist. Es kann daran sein, dass das ein Offer scheiße ist. Übrigens, ein Punkt, über den fast niemand spricht. Also, alle sprechen über nur Produkt finden. Zum Beispiel bei uns im Training, wir ehrlicherweise auf YouTube auch größtenteils. Bei uns im Training sprechen wir eigentlich nie über Produktsuche so, sondern über Angebotserstellung. Also Offer-Creation. Denn am Ende kauft der Kunde kein Produkt, sondern er kauft die Gesamtoffer. Also sprich, manchmal kann es auch sein, dass du alleine durch die Erweiterung der Produktauswahl, durch Farberweiterung, durch Sets, durch verschiedene Preispunkte erst wirklich marktfähig bist. Ein Angebot richtig erstellst, nicht nur ein Produkt. Genau. Das ist ein guter Punkt. Und das zum Beispiel ist bei sehr vielen Leuten, also ich kann mal ein Beispiel geben. Ein Kunde von uns verkauft so verstellbare, ja, wie nennt sich das, sagen wir jetzt mal einfach so für Duschstangen, weißt du? So, da gibt es halt super, super viele verschiedene Wandoberflächen, also Fliesen, Tapete, keine Ahnung, Putz, genau, glatte Betonwand und, und, und. So, das heißt, es gibt verschiedene Aufsätze, die dafür notwendig sind. Diese Aufsätze kosten 30 Cent pro Aufsatz oder sowas. Ich habe gesagt, pass auf, statt vier Varianten zu machen, lass uns, also es gibt vier verschiedene, so grob, vier verschiedene Arten von Sachen, die dafür wichtig sind. So, diese vier Dinger packen wir einfach komplett immer mit rein. Das kostet uns am Ende des Tages irgendwie beim Hersteller insgesamt 80, 90 Cent mehr gekostet. Damit sind wir für alle Oberflächen, also wir erweitern unsere Zielgruppe. Punkt eins. Schritt Nummer zwei, wie viele Varianten haben wir von der Größe? Ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Größen, die dafür verantwortlich sind. Es gab zwei Größen am Anfang. Wir haben das Ganze geupgradet auf, boah, ich weiß nicht, also es ist ein abartiges Varianten-Gamegewinn, ich glaube 12, 13, 14 Variantengrößen. Produkt von 8, 9.000 Euro Umsatz, um die Break-Even, rauf auf fast 50.000 Euro Monatsumsatz. Permanent läuft auf diesem Level weiter. Durch die Offer-Creation, PPC auf einmal profitabel, vorher extrem unrentabel. Ja, das ist ein guter Punkt. PPC ist, also dieser Satz, den du sagst, PPC ist nicht die Auswirkung, sondern das ist das Resultat, was du siehst, wenn ein Produkt nicht läuft. Beispielsweise Listing kann auch extrem beschissen sein. Conversion ist einfach kacke. Du kannst so viel Sichtbarkeit wie möglich, wie du willst kaufen, aber wenn der Kunde nicht checkt oder diesen Mehrwert auch nicht sieht. Darum, das ist ja Marketing irgendwo. Kann ja sein, dass du das gleiche Produkt wie ich hast, aber du schaffst es einfach dem Kunden, diesen Wert besser zu verkaufen. Ich werde keine Sales machen, wenn ich ein rotziges Listing habe. Und es ist halt schwierig, marketingtechnisch da selber sich was herzuziehen, wenn man nicht irgendwie klare Vorgaben, Strukturen hat oder mit einer geilen Agentur zusammenarbeitet. Weil Marketing ist nichts, was man, sag ich mal, jetzt so im Gefühl hat. Also sollte man schon irgendwie, also du vielleicht, ja, aber sollte man schon irgendwie mit jemandem arbeiten, der das Ganze professionell macht. Genau und auf jeden Fall so ein viel, also das ist glaube ich noch wichtiger, so mal andere Leute es checken lassen, weil ich selbst zum Beispiel bin sehr gut im Marketing. Nichtsdestotrotz kann ich meine eigenen Produkte nicht komplett vermarkten aus dem Grund, dass ich halt einfach ein ganz anderes Wissen zu den Produkten habe, was der Kunde gar nicht hat. Klar, wenn du zu Hause dich vier, fünf, sechs Monate beschäftigst, ein Produkt auf den Markt zu bringen, natürlich hast du ein total verzerrtes Bild. Kein Mensch beschäftigt sich vier bis sechs Monate mit diesem Produkt und allen Eigenschaften, Materialtypen, unterschiedlichen Preispunkten und du setzt auf einmal in deiner Marketingkonzeption genau das voraus. Lass das Marketing immer am besten in Zusammenarbeit mit Leuten machen, die Marketing verstehen, aber dein Produkt nicht. Aber trotzdem die Zielgruppe. Also Zielgruppe und Marketing verstehen, aber nicht das Produkt. Das ist super wertvoll und also das, was du sagst, Tim, ist genau die Quintessenz. Man kauft Sichtbarkeit und keine Conversion. Die Conversion musst du generieren durch dein Produkt, durch dein Angebot, durch dein Marketing, durch deinen Preis. Ja, es kann auch sein, also wir haben schon alles erlebt. Also wir haben auch schon gesehen, dass Produkte gescheitert sind, weil sie zu günstig waren. Also wir haben auch schon Produkte gesehen, die gescheitert sind, weil sie zu teuer waren und dann mussten wir den Preis deutlich nach unten setzen, was erstmal einen kalten Schauer über den Rücken laufen lässt, weil man eigentlich eine Kalkulation mit den Ad-Budgets überhaupt nicht da kalkuliert hat, dann aber sieht, dass man mit ganz, ganz wenig Ad-Budget gute Rankings halten kann bei einem sehr geringen Preispoint und damit viel mehr Profit generieren kann. Also das ist eine Sache, die wird von viel, 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 viel zu wenig Sellern genutzt, aktiv zu überlegen, wenn PPC unprofitabel ist, nicht direkt das Produkt abzuschreiben, denn in ganz vielen Fällen schaffen wir es, das Produkt noch sehr profitabel zu machen oder zumindest aus einem kompletten Flop-Produkt einen Break-Even herauszuholen. Wie gesagt, logischerweise, man hat jetzt auch nicht ständig Flop-Produkte, aber wenn man einmal eins hat, ist es schon wichtig, natürlich zu wissen, wie gehe ich damit um, um aus einem Verlust einen möglichst geringen Verlust zu machen. Wie würdest du es einschätzen? Das sind natürlich verschiedene Kategorien von Flops, ne? Letztendlich sagen wir mal, wir nehmen das Beispiel, wir haben 10.000 Euro investiert in Produkte und mein Gott, du schaffst das aus diesen 10.000 Euro jetzt keine 15.000, 20.000 Euro Profit zu machen, was absolut realistisch ist mit einem Bahnumschlag, aber dass man sagt, okay, Produkt floppt, dann trauen sich, also für mich ist ein Produkt flop, wenn du das Geld, was du investierst, einfach wieder rausholen kannst, ist vollkommen in Ordnung, dann hast du was gelernt. Das ist nicht geil, aber es ist noch, sage ich mal, das ist halt, sage ich mal, einfach Risikobegrenzung. Das ist immer noch scheiße, wenn das gleiche Geld wieder reinkommt, aber immer noch besser als 10.000 Euro so zu verbrennen. Genau, also ich sage mal, break-even, breaking-even is losing, aber es ist trotzdem in vielerlei Hinsicht, gerade beim ersten Warenumschlag, ein Indiz dafür, dass Produkt Potenzial hat, Potenzial Potenzial hat. Also schau, du solltest erst einmal ganz wichtig damit rechnen, dass du früher oder später ein Produkt auf den Markt bringst, was nicht funktioniert. Das ist ganz normal. In jedem Business, in anderen Businessen schaltest du mal eine Werbeanzeige, die nicht funktioniert. In anderen Businessen launchst du eine Website oder ein Produkt, was nicht funktioniert. In anderen Branchen kaufst du eine Maschine, die dir am Ende gar keine Performance gibt. Oder du stellst jemanden ein, der nicht gut ist. Und im FBA-Game oder Amazon-Game launchst du mal ein Produkt, was nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. In mindestens 70 bis 80 Prozent der Fälle kann man das Produkt optimieren und noch zu einem funktionierenden Produkt machen. In den meisten Fällen wird aber mit dem Flop falsch umgegangen. Es wird teilweise sogar nachbestellt und immer mehr auf den Flop eingezahlt. Schön zu vergleichen mit diesen Aktien. Das gibt auch bei Aktieninvestments ein ähnliches Phänomen, wo Menschen ein Portfolio haben von fünf, sechs, sieben Aktien. Und eine Aktie, die schmiert immer weiter ab, die wird immer günstiger, die wird immer günstiger. Und die anderen steigen alle. Und welche Aktie kauft die Person nach? Die ganze Zeit die günstige. Weil du denkst, wenn das runtergegangen ist, das ist ein psychologisches Denken, hat die ja mehr Potenzial, um zu gehen. Aber genau das ist der Fehler. Wenn dein Produkt wirklich auch nach Expertenmeinung nach nicht mehr optimierbar ist, dann sofort alles abstoßen. Also so schnell wie wirklich raus. Kein Cent mehr für PPC. Oder schnellen, rasanten Blitzabverkauf starten, wo man die Produkte in ein, zwei Wochen abverkauft bekommt, um das Geld einfach wieder drin zu haben, was noch zu holen ist und das Ding einfach los zu sein. Also einen klaren Cutscene und nicht, oh, ich habe jetzt so unglaublich viel Zeit und dies und das und jenes da rein investiert. Das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, was Mindset angeht, wie du sagst. Es wird immer früher oder später mal der Punkt kommen, wo auch mal ein Produkt floppt. Es gibt viele Leute da draußen, das sind die größten Leute oder die Leute, die am lautesten schreien. Ja, ich habe einmal so ein FBA probiert und 10.000 Euro verschwendet, 20.000 Euro verschwendet. Das haben wir vielleicht mit ein, zwei Produkten gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Sondern einfach das nicht checken, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Genau, du bist nur noch nicht den richtigen Weg gegangen. Du hast gerade, witzige Story dazu. WD40, kennst du? Ja. Weißt du, was die Bezeichnung eigentlich dafür ist, von WD40? Tatsächlich nicht. Water Displacement Fortief. 39 Versuche haben die Chemiker hergestellt, dass es nicht funktioniert. 40, der 40. Versuch war erfolgreich. Deswegen heißt es WD40. WD fucking 40, ich habe mir schon mehrfach das Leben gerettet, auch übrigens in Australien. Geilstes Zeug überhaupt. Also wer WD40 nicht kennt, ich habe es nämlich im Büro hier, wir sind ja in Berlin, ich bin ja kein Berliner, aber viele Leute hier wussten nicht, was WD40 ist. Das ist wirklich, also wenn du zu Hause zuschaust oder zuhörst und nicht weißt, was WD40 ist, dann bist du eigentlich kein vollwertiges Teil der Gesellschaft. Also das ist wirklich wild, wie auch immer. Aber die Story dahinter ist es. Wie gesagt, ey, 39 Versuch, wo es nicht geklappt hat, jetzt ist es eine der bekanntesten Sachen. Kentucky Fried Chicken, genauso. FBA. Du hast fünf Produkte gelauncht, die funktioniert haben. Bedeutet nicht, dass du nicht damit Millionen verdienen kannst. Also pass auf, wichtig. Meine ersten Produkte wurden irgendwann im spätten 2019, Anfang 2020, nee 2019 war es eigentlich Anfang 2019 größtenteils, offline genommen, als ich gesehen habe, dass die Produkte aufgehört haben zu funktionieren, weil die Strategie, die ich da vorgefahren habe, die by the way immer noch super viele Leute coachen und predigen, die einfach keine Zukunft mehr hatte. Das waren damals, wie gesagt, ich habe ja sowas wie Kaltrohrzeuger, Pizzaschere, so ganz simple Produkte, wo es kein Branding, kein großer Produktunterschied möglich war. Die Produkte einfach schnell auf den Markt gebracht wurden und einfach ein Einkauf, kein großes Listing, kein professionelles Fotografin, vier, fünf Bilder, einfach nur auf Opportunity und sobald jemand das vernünftig gemacht hat, Preiskampf und weg. Ciao. So, Produkte sind so gesehen gefloppt nach einer Zeit. Also es kann auch mal sein, dass ein Produkt zwei Jahre gut funktioniert und dann floppt, weil du eine nicht langfristige Strategie gefahren hast. Heute wissen wir und wir haben sehr viel auf unsere Strategie eingezahlt, an Arbeitsstunden, an Learnings, auch an gefloppten Produkten, dass es sie halt ein sehr, sehr langfristiges Zeitfenster hat, weil du kannst dir auch das so immer vorstellen, ist ähnlich eigentlich wie bei einem Aktieninvestment ein Produkt, was vernünftig rausgesucht wurde und performt über vier, fünf, sechs Jahre, theoretisch teilweise ja noch länger. Wir sind halt noch nicht länger da. Also deswegen, ich weiß nicht, wie lange die Sachen theoretisch auch einen Lifecycle haben können, aber es ist deutlich darüber hinaus sogar noch. Wie viel mal mehr Gewinn macht das als ein Produkt zwischendurch, was dich vielleicht mal 2.000 Euro minus einhandelt. Und wie gesagt, es ist normal in jedem Business. Also du kannst kein Business groß aufbauen, ohne mal auf dem Weg zu floppen. Wir haben schon Produkte rausgebracht, die haben schon uns 100.000 Euro gekostet, 100.000 Euro gekostet, bevor wir das erste Produkt überhaupt verkauft haben, in irgendwelchen Entwicklungsscheiß oder Sourcingfehler. Auch das, wir haben schon Sourcingfehler gemacht, aus denen wir super schlau geworden sind, wo ich auch die Erfahrung unseren Kunden wahrscheinlich schon Millionen eingespart haben, weil die die Fehler nicht mehr machen mussten. Wo wir zum Beispiel mal, ich weiß noch, zum Beispiel wir reden Corona, unsere Kochtopf-Sets bei einem Hersteller, mit dem wir keinen direkten Kontakt hatten, wo wir dann auf einmal statt 30k gefällt 70 oder 75k gezahlt haben, es mit jedem Tag teurer wurde. Einfach aufgrund von einem Fehler, den wir begangen haben, in der Kommunikation. So, ja, gut. Abgefuckte Geschichte. Nichtsdestotrotz kann es halt insgesamt trotzdem mit denen, indem man genügend richtige Sachen macht, auch weitergehen. Dann vielleicht noch, last but not least, Umgang mit so dem Case, dass man einfach, ja, so an der Break-Even kratzt. Also man ist am Markt, das Produkt wird angenommen, man bekommt auch gute Bewertungen. Man hat, kann man ja heutzutage alles tracken, ähnliche Conversion wie seine Competition, aber es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Es läuft Break-Even eigentlich. Da, also ganz ehrlich, es gibt viele Produkte, die müssen einfach ins Laufen gebracht werden. Das heißt, sie brauchen so eine Art Schub, wie so eine Rakete. Wenn die einmal im Orbit ist, dann performt die perfekt, aber ins Orbit zu kommen, das ist dieser Launch sozusagen, der ist extrem relevant. Und manchmal scheitert ein Launch, manchmal gelingt nicht der Ranking-Aufbau, Bestseller-Badge, AMC-Choice-Badge oder Top-Converting-Product auf der Niche oder allgemein, dass man sozusagen merkt im Markt, okay, ich bin gerade dabei, hier Marktanteile zu gewinnen und das profitabel. Und wenn das halt nicht kickt, dann wirklich auch mal alternative Wege zu gehen. Für uns ist das eigentlich gar nicht mehr alternativ, sondern eigentlich must have zu schauen, okay, wo kriegen wir sonst Traffic her? Wie schaffe ich es, Traffic zu generieren? Ich habe die gleiche Conversion, ich habe die gleiche Anzahl an Verkäufen von einem anderen Produkt, aber das gibt es halt schon drei Jahre länger, deswegen bin ich dem unterlegen, okay, wie verschaffe ich mir einen Vorsprung? Wie bei Mario Kart diese Pilze, wo du hinter jemanden fährst und wenn du das gleiche Ding hast, dann fahrt ihr die ganze Zeit gleich schnell mit der gleichen Anzahl von Münzen und du brauchst halt diesen roten Pilz ein paar Mal oder die Rakete und wusch, bist du an ihm vorbei. Aber was ist diese Rakete oder dieser rote Pilz? Google Ads, Google Shopping Ads, einen Shop aufbauen, Cross-Selling auf anderen Produkten, Kundenliste, Influencer-Marketing. Es kann sein, dass du ein, zwei, drei Kooperationen machst, die dich 300 Euro kosten und ab dann jeden Monat 4.000, 5.000 Euro mehr verdienst, Profit. Ja. Das ist ein Extrembeispiel, aber funktioniert. Ein Beispiel dafür, Kollege, der kommt nächste Woche dann, glaube ich, 100k Award, holt das ab, ich nenne das Produkt nicht, aber ohne das wäre es niemals funktioniert, das Produkt mit externem Traffic auf einmal geisteskrank, ohne Problem 100k im Monat. Das ist diese eine Switch einfach in einem Markt, wo jeder die gleichen identischen Produkte anbietet, du hast ein geiles Produkt, aber einmal irgendwie so einen Katalysator reingebracht, auf einmal zieht es dann alle vorbei. Manchmal brauchst du auch einfach eine Creative-Marketing-Idee so. Aber das macht keiner. Keiner hat Bock, diese Energie halt reinzustecken, weil die wollen so, ey, alles entspannt. Die gucken auch, was machen die anderen? Okay, der macht das so und der ist erfolgreich, ja, dann muss ich das auch so machen. Nein. Es geht darum, dann was Besonderes zu kreieren und zu überlegen, okay, wie kann ich diese Nische jetzt disrupten? Also was kann ich machen, damit jedem auffällt, was ich gerade tue? Das ist geil. So, zum Beispiel, was wir mal bei einem Listing gemacht haben, ich weiß nicht, ob ich das Produkt jetzt sagen darf, aber es ist zum Beispiel ein Fun, also wir haben sozusagen ein Meme einfach in ein Listing integriert, also wirklich ein Meme. Das heißt, du klickst durch das Produkt durch, das ist ein Trust, ein reines Trust-Produkt, also so ähnlich wie Supplements. Du kaufst sehr viel auf Trust oder Branding. Gut, Branding war noch nicht da, weil es war erstes Produkt. Und Trust war halt schwierig so über die, was die anderen gemacht haben zu gehen. Wir haben wirklich ein Meme, was du siehst und was du dich einfach kaputt lässt, hat so integriert und haben dadurch gutes, also jetzt, das Produkt ist eigentlich nicht durch die Decke gegangen, aber wir haben ungefähr Marge von 3, 4 Prozent bei ähnlichem Umsatz, aber wir haben dann Werbekosten reduziert, es hat sich da eingependelt, auf ungefähr 13, 14 Prozent gebracht. Also von einem mittelmäßig bis gar nicht profitablen Produkt, also ich glaube, es waren so 10, 15 K Umsatz, auf so ein Produkt, was im Monat so 1, 5 bis 2 K Profit einbringt. Durch ein Bild, das wir nicht mal selbst gemacht haben, sondern wir haben es mehr oder weniger aus dem Internet gezogen, extrem geil. Einfach durch ein Bild, einfach 1.500 Euro jeden Monat, das sind im Jahr 25.000 Euro ungefähr, was mehr an Profit hängen bleibt und es ist geil so, weil ich meine, ich habe mich selbst darüber gefreut. Also dem Kunden hat es geholfen, der hat mehr Profit gemacht und ich habe mich gefreut, weil ich das Meme gesehen habe. Also das ist wichtig dann zu überlegen, okay, wie mache ich aus meinen Verlusten gewinne. Alright, ich glaube, es war ein geiler Podcast. Ich hoffe, ihr habt Input mitgenommen. Abonniert diesen Kanal. Wir hypen jetzt richtig durch, e-commerce.de Podcast. Wir wollen durch die Decke gehen, Tim und ich. Wir sind richtig heiß. Scheiß aufs normale YouTube-Game, Video-Podcast. Ihr könnt uns auch hören, auf YouTube könnt ihr uns abonnieren, ihr könnt uns auf Spotify abonnieren. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns sharen und wir feiern euch dafür, weil ihr einfach geil seid. Also auch danke mal für die Leute, die ja manchmal auf Instagram irgendwie schreiben oder dann ein Bild machen, wie sie und wir schicken vom Podcast, wo oder wie sie das hören aus der Arbeit, xxx. Gebt uns gerne Feedback, wenn ihr irgendwas hören wollt, Fragen, Inputs, was ihr für Folgen, eventuell Themenvorschläge habt. Einfach, wir sind super aktiv, was die Kommentare angeht. Let's do it. Tatsächlich sind wir ultra inaktiv, was die Kommentare angeht. Auf dem Kanal. Nein, auf dem Kanal direkt wird alles beantwortet. Ich dachte, wir sind ultra inaktiv hier. Aber wir sind aber auf den Instagram und den, was auf Spotify, die meisten hören ja auf Spotify, deswegen. Spotify oder Shopify? Spotify ist richtig. Shopify. Cringe. Bis zum nächsten Mal. Gute Verkäufer. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.